Das Hotel Aquabambo liegt in Waikiki Beach in Hawaii. Das Hotel Aquabambo ist beliebt unter den Gästen. 90% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 24 Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,1 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 24 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine bessere Lage für ein Hotel kann es nicht geben, so sehen es die Gäste des Hotels und bewerten den Standort mit 5,9 von 6 Sonnen. Service 5,3 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein. Das Hotel zeichnet sich durch seinen sehr guten Zustand und der hohen Sauberkeit der einzelnen Bereiche aus. Gäste vergeben im Durchschnitt 5 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,7 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Sport und Unterhaltungsprogramme Ein gutes Sport und Unterhaltsprogramm hält dieses Hotel für seine Gäste bereit. Insgesamt erhält das Hotel 4,6 von 6 Sonnen in dieser Kategorie. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.